Höh, wo nun? Noch rechts weiter, noch rechts weiter? Warum bin ich dort nicht weiter? Was war dort denn mein Weg? Das hier. Ja, auf und davon. Ah, auf zum Atem. Gut. Joa. Äh, lass mich raus hier. Hüpf, hüpf. Nein, kein Hüpf, hüpf. Hüpf, hüpf. Ist okay, dann lass die Aufladung halt fallen. Äh. Ich weiß nicht mal, ob die Oberflächen da walljumpbar sind. Äh. Lass mal weg. So. Ich komm da nicht hin. Da muss ich wohl, so. Äh, wenn ich denn... Nein! Knapp verkackt. Nochmal zurück, bitte. Ich hätt die Aufladung gern noch. Und so. Äh, b-b-b-b-b. Ich glaub, da kann ich nicht zurück. Äh. Dann kann ich nicht zurück. So ne Scheiße. Ja, so ne fiese Kacke. Echt. Äh. Äh, okay. Ich bin noch fast tot und alles. Ich spule zurück, weil ich die Energie von dem Schein-Spark-Gan wieder hätte. Ich brauch im Moment jeden Punkt. Ne, also da hoch könnt ihr wohl dann vergessen. Also den langen Weg dort unten wieder raus. Geh weg. Ja, gib mir noch was Energie. Und dann wieder den langen Weg oben durch Krateria bis nach oben durch. Ja, ich freu mich. Du kriegst ab. Komm, 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 komm. Genau, genau. Komm, komm, komm. Äh, das war nicht der Kopf. Ja, ich darf wieder runter. Ich darf wieder runter. Ich hab so ne... Hier war's noch nicht. Aber ich hab so ne Mühe dort hochzuspringen. Jetzt darf ich wieder runter. Ja, ich will hier hin. Ja, genau. Ah, normale Igelknubbel. Zerstörbare, normale, kleine Igelknubbel. Oh, wie schön. Einfach weg hier. Ja, ist mir egal. Bum, 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 bum. Einfach alle sprengen. Warum bist du da so im Eck? Ist das ein Geheimgang? Versuch den Geheimgang zu verstecken. Nein, es sind überall Wichsviecher wieder im Weg. Ich hab doch keine Geduld für Wichsviecher. Komm. So. Und. Ha. Dachte ich's mir. Ja? Ja. Okay. Ich will oben lang. Oben sieht's besser aus. So, Moment. So. Höh. Scheint ziemlich egal gewesen zu sein, oder? Ja, sieht eigentlich fast so aus. Das war für'n Arsch. Na gut. Hi. Was gibt's hier? Na, aber es geht noch weiter links. Es geht noch weiter. Das muss nicht alles gewesen sein. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ist okay. Pack ich ein. Dich nicht. Scheiße. kotzt ja noch stacheln in alle Richtungen. Okay. Und. Und. Hallo? Wie? Da ist nix. Das kann ja wohl nicht sein. Da muss was sein. Hallo? Okay. Du vielleicht. Nö. Äh. Nö. Warum geht's dann da links weiter? Hat der Modschreiber irgendwie Lust zu viel? Oder, äh. Nö? Einfach Hauptsache mal Karte erstellt, oder wie? Hä? Warum's hier noch oben lang geht, macht genauso viel Sinn, denke ich. Oh, Mann. Oh, hallo. Ja. Genau. Bum. 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 Ha. Alle weg. Sehr gut. Na gut. Wir haben noch einen kleinen Container mitgenommen. Ist doch was wert. Von hier aus dann hier hoch her. Oh, tut, 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 tut. Beinahe schon wieder. So. Da oben ist ist da oben irgendwas. Warum ist denn Warum ist denn der kleine Absatz hier, wenn dort nix ist? Ich verstehe die ganze Logik nicht. Ich begreife die nicht so ganz. So, hier war nix. Ne. Gut. Wir sind wieder raus aus dem sinnfreien Bereich. Na, rechts ist keine Ahnung was. Keine Ahnung, was ist rechts? Rechts? Was war da? Außer Scheißknubbel. Hier ist wirklich nichts. Doch, da ist es doch. Und da war ich noch nicht. Okay. Hm. Na, wenn es Laune macht. Ja, du bist kein noch Dingens jetzt, oder? Uh, schalt um. Nee, es sind nur die stehenden. Anscheinend. So, sonst bei ihm mal nichts. Hier oben geht es nicht weiter. So. Und hier so ein Gegner. Und hier blinkt es jetzt. Das hat es früher, glaube ich, noch nicht. Und hier unten ist nichts. Wo komme ich jetzt raus? Wo bin ich? Äh, ja. Okay, ich kann schon hier prinzipiell hoch oder runter. Schau ich mal eben hier wieder runter. Das war ich aber schon. Hätte ich ein besseres Gedächtnis auf sowas, dann wäre das vielleicht angenehmer. Okay. Hm. Proms. 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 Ach, da gab es doch mal irgendwann irgendwas, oder wie, ne? Nicht Morphball, doch. Ich glaube, hier gab es die Morphball, oder? Das könnte sein. Doch, ja, nein, vielleicht. Das ist alles so lang her, man. Wahnsinn. Gut, und hier oben? Warum braucht ihr zwei Schüsse, ihr Knubbel-Igel, ihr Scheiße? Wie komme ich? Ja, das heißt, wie komme ich? Ich komme. Ich komme. Schau nach. So. Bin gekommen. I came. Gut, wo haben Gibt's her? Gibt's her? Ist mir egal. Habe ich. Gibt's her? Und? Oh, ja. Egal. Hauptsache, ich hab's. Ja. Raus. Und hier lang. Hier war ich auch noch nicht. Oh, grün. Ui. Groß. Oh, ja, doch nicht ganz so. Okay, ähm. Okay, jetzt bin ich eh unten. Äh, schon wieder unverwundbare Igelknubbel. Okay. Okay, der Raum ist seltsam. Der Raum ist echt seltsam gerade. Ja klar, da komme ich auch ganz bestimmt hoch. Überall zu viel Scheiße im Weg für einen Schein-Spark. Das geht also auch nicht. Ich glaub, das ist ne Einbahnstraße und ich bin in der falschen Richtung. Kann das sein? Hier. Ich glaub nicht, darf ich hier hochkommen, oder? Hopp. Äh. Ich losse mir immer den Kopf an der Kante. Hau mal ab. Hau ab, Igel. Geh weg. Oh, spring rechtzeitig. Zu spät. Zu spät. So, danke. Mann, zu spät. Hopp. Naja, geht nicht. Nee, ich betrachte das als Einbahnstraße. Da kann man von oben runterfallen, aber mehr auch nicht. Ui. Hi. Buh, erschreckt doch die Leute. Ha. Ich krieg schon wieder Zeug, oh, Mas, aber wirklichen Fortschrott mach ich keinen. Naja. So, jetzt von hier aus dort oben lang. Jalup. Das sieht nach Sackgasse aus, Kacke. Aber das wissen wir gleich genauer. Äh, jup. Äh, jup. Na gut. Äh, bum, bum, und bum. Gut. War es also nicht wirklich ganz unnötig, dass ich hier lang bin. Ihr Wichsscheißer. Ihr Scheißwichser. Ja, ihr Wichs doch scheiße ein. So. Wo lang jetzt schon wieder? Hi, grüner Knobbel. Nee, ich will nicht hier unten stecken. Ich bin hier oben lang. Ups. Einfach mal umgerannt. Okay. Hier war ich jetzt schon mal. Oh Gott, wo lang jetzt? Jetzt könnte ich dort oben noch die zwei... Nee, das ist nur eine. Jetzt die eine abzeigen, aber die fällt wahrscheinlich dort runter wieder. Deswegen mach ich die jetzt... Ich geh jetzt zum Schiff. Ich brauch eh wieder mal schön Moon und alles und Energie. Naja gut, nicht so viel, aber egal. Wir haben noch ein paar Infos. Wir haben noch einen Reichwecher. Und dann war's. Wir waren in der Nacht. Wir haben siehe. Immer einfach nur das war wir im contrib Squad. Das war's. uj deceit. All in die hottes, eigentlich alles barrier, Vielen Dank.